Guten Abend meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich bin sicher, wir werden gemeinsam einen schönen und langen Abend verbringen. Der Titel unserer Tournee heißt Alles am Anfang, ist ein bisschen der filmischen Sprache entliehen. Ich denke mir, viele von uns haben schon mal gedacht, einzelne Szenen ihres Lebensfilms neu zu drehen. Etwas anders zu machen, vielleicht besser, jedenfalls alles auf Anfang zu bringen. Es ist nur gefährlich, weil wenn man mit seinem Lebensfilm eigentlich zufrieden ist und seine einzelnen Szenen rausschneidet, dann kann es sein, dass sich das Gesamtkunstwerk verändert und man selber hinterher nicht mehr ganz so zufrieden ist mit dem. Ich kann nur sagen, mein Lebensweg hat mich hierhin geführt zu Ihnen. Hier bin ich aufgesprochen gerne, ich freue mich sehr, dass wir heute Abend die Zeit miteinander verbringen können. Dankeschön und gute Unterhaltung. Nun ist es weder mal so weit Ein Abend zu Ende, schnell vergeht die Zeit. Ich wollte euch zufrieden sehen, muss ich jetzt mit Zweifeln von euch gehen. Das Licht geht aus, ich bin allein, danke, es war schön bei euch zu sein. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Traum, bis zum nächsten Mal, über Zeit und Raum. Von Stadt zu Stadt, von Tag zu Tag, Straßen, Hotels, Menschen, die man mag. Von all den Bildern bleibt ein Stück, ich genieße jeden Augenblick. Was mir jetzt noch zu sagen, danke für alles für eure Zeit. Und das Gefühl klingt nach in mir, als wären wir, werdet ihr nicht alle hin. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Traum. Bis zum nächsten Mal, über Zeit und Raum. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, über Zeit und Raum. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.